Schamil, ein hinterhältiger Köter, hat sich davon gemacht und hat noch Schulden bei mir. Vier Leichen hat man mir versprochen. Er ist schüchtern. Hat er geglaubt, es fällt mir nicht auf? Ich habe zu viel zu tun, um ihn selbst zu jagen. Der Baum hat viele Wünsche. Findet diesen Schamil, bevor Weijinhani daran erinnert wird, was es bedeutet, eine Hexe zu verärgern. Er sollte auf dem Friedhof sein. Beginnt dort. Da ist nichts mehr zu machen. Da ist nichts mehr zu machen. Du schüpfst die Sahne ab. Ha! Das Versprechen wurde gehalten. Legt ihn schnell auf die Liege. Es wurde schon zu viel Zeit verschwendet. Steif und bleib.